Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Kohn. Ich begrüße euch zur Europa-Cup-Woche, zum ersten Spiel dieser Europa-Cup-Woche. Es gastiert der FC Bayern München beim FC Valencia im wunderschönen Estadio Mistea. Es ist das zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften seit dem Finalsieg der Münchner im Jahre 2001 im San Siro, was sie im Elfmeterschießen 5 zu 4 gewonnen haben. Ja, und wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr euch ein bisschen mit Fußball beschäftigt, haben die Münchner das erste Spiel, was am ersten Spieltag dieser Gruppenphase stattfindet, etwas knapp vom Ergebnis her 2 zu 1 gewonnen, aber spielerisch war das durchaus verdient und ich hoffe mal, dass trotz des Ausfalls von Arjen Robben unter anderem und von Jerome Boateng die Bayern auch in Valencia brillieren können. Sie hatten sich leider am Wochenende einen kleinen Patzer erlaubt gegen den SNFC Nürnberg nach 1 zu 0 Führung durch Mandzukic, leider nur 1 zu 1. Hoffentlich war das wieder nur ein einmaliger Ausrutscher wie die Niederlage gegen Leverkusen und sie zeigen in der Champions League die Leistungen, die sie in den vorigen Spielen auch gezeigt haben. Und dann starten wir mal. Ja, den Münchnern reicht so gesehen eigentlich ein Unentschieden in Valencia, wenn gleichzeitig Bate Borisov nicht gewinnt, am besten sogar verliert. Ein Sieg reicht den Münchnern definitiv zum Weiterkommen. Für Valencia Valencia sieht es ein bisschen eng aus. Ja, eigentlich gute Vorzeichen für die Bayern und somit können wir in Ruhe starten in dem wunderschönen Valencia-Spanien. Trotz Novemberwetter in Deutschland ist es hier doch trocken geblieben und das ist nur vorteilhaft für die spielerische Leichtigkeit der Bayern, die sie normalerweise an Tag legen. Man sieht es wieder. Die Bayern spielen munter auf. Valencia hält sich ein bisschen zurück. Mandzukic. Oh, wurde noch abgeblockt. Schade. Er ist eine gefällige Situation. So, Ribéry steht da ganz frei. Ribéry fällt und es gibt Elfmeter. Ja, da pfeifen die valencianischen Fans natürlich. Ja, das war doch kein Foul. Nein. Ich schätze mal, es war eins. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Jetzt werden wir aber erstmal versuchen, den Elfmeter reinzumachen. Uh, hier wird gehalten. Schade. So, dann gucken wir uns mal die Wiederholung an. Das ist ärgerlich. Da vergibt Ribéry den Elfmeter. Ah, das hätte eigentlich die Führung sein müssen da. Wunderbar. Ribéry. Ja, und das ist ein klares Foul. Ein klares Foul von Riccardo Costa, den man noch aus seinen Wolfsburger Zeiten kennt. Gut, Ribéry fällt ein bisschen theatralisch, aber... Ja. Ja, da sieht man es. Elfmeter. Ich sollte mir abgewinnen, um in die linke Ecke zu schießen. Aber der war eigentlich, der war eigentlich richtig, der war sogar richtig gut geschossen, muss ich ehrlich sagen. Aber... Gujata kommt da ran. Hmm. Schade. Erste gute Chance der Bayern. Mal sehen, wie sich Timos Csuk in der Verteidigung zeigt. Aber in der Verteidigung hat er ja schon mal gespielt, vor allem auch im Champions League Finale 2012. Ja, was eigentlich eher eine schlechtere Änderung ist, weil die Bayern da ja trotz Dominanz verloren haben. Jo, erster Chance für Valencia. Und, ich sag mal so, kläglich vergeben. Das war, glaube ich, 3, 4 Meter in dem Tor. Kein Problem für Neuer. Der doch am Wochenende ein bisschen unglücklich aussah, bei dem Schuss schon voll, ne? Der wäre so nicht reingegangen. Hätte er da nicht daneben gegriffen. Hoffentlich irritiert ihn das nicht, aber Neuer ist ein erfahrener Mann. Und den wird das, glaube ich, nicht irritieren. Oh, da. Siehste, Neuer ganz sicher. Starker Rückhalt für die Bayern. Und ja, da ist er wieder. Mein Liebling auf der linken Seite. Und da ist das Ding. 1-0, Toni Kroos. 12. Spielminute. Nach den vergebenen Elfmetern haben sich die Bayern nicht bilden lassen und sie führen verdient mit 1-0. Und es war natürlich wieder grandios. Also Alaba, das ist wirklich ein richtig guter Junge. Der junge Österreicher, also Bayern hat kein Problem auf der linken Seite. Lahm spielt klasse auf rechts. Und wenn Alaba nicht verletzt ist, ist er definitiv gesetzt auf der linken Seite. An dem kommt nichts vorbei. Er zusammen mit Ribéry. Klasse Seite, muss man nicht sagen. So, und jetzt kommt natürlich Ribéry. Oh, das war natürlich... Ein cooler Ball. War ein bisschen armselig. Habe ich doch ein bisschen doll drauf gezogen, aber irgendwie... Wollte er das nicht. Hm. Verstehe ich nicht. Ärgerlich. Ja. Javi Martinez ist natürlich wieder in der Stadtaufstellung. Wenn der Junge fit ist, spielt er natürlich auch. Aber er muss natürlich die Vorbereitungen nachholen. Die gab es ja nicht, wegen dem Transfer-Bohai-Omin. Aber das wird sich in der Winterpause sicherlich ändern. Da wird er die ganze Vorbereitung mitmachen können. Und wird den Bayern auch weiterhelfen können. Wenn er richtig fit ist. Und sich perfekt integriert hat. Man muss dem Junge natürlich noch Zeit lassen. Das ist natürlich eine Umgewöhnung von der spanischen Primera-Division. In die Bundesliga zu wechseln. Aber da zeigt er sich. Javi Martinez. 22. Spielminute. 2 zu 0. Also wenn ich es geahnt hätte. Erstes Champions League-Tor für Martinez für die Bayern. Klasse, Kopfball. Großflanke. Und Martinez macht ihn rein. Ja, die Valencianische Abwehr müsste ihn eigentlich kennen. Aus seinen Zeiten bei Athletik in Bilbao. Aber, ne. Scheinbar nicht. Der Offensive-Ronda. Ja, es beginnt natürlich wieder richtig gut für die Bayern. Auch ohne Arjen Robben. Leider spielt nicht Shaqiri. Unser Ritter Sport. Aber der wird bestimmt noch eingewechselt. Denn Müller wird, glaube ich, nicht 90 Minuten durchspielen. Ähm, wow. Heinkis ist ja ein Freund der Rotation. Und daher denke ich mal, dass er da nicht durchspielt. Oh. Javi Martinez auf der Außenbahn. Was ist denn da los? Was ist da denn los? Und die Flanke von Martinez. Und da ist das 3 zu 0. Mario Mandzukic. 27. Spielminute. Leute, das läuft ja. Genial. Oh, Leute. Wird das mal ein zweiter Sieg? Ihr merkt schon, ich kann mit dem FC Bayern wohl doch deutlich besser spielen als mit den anderen Mannschaften. Denn mein erster Sieg aus dem Colerakel war ja auch ein Sieg mit dem FC Bayern. Gegen Eintracht Frankfurt. Obwohl es am Ende doch knapp wurde mit 3 zu 2. Aber jetzt, äh. Jetzt nicht beheben lassen, aber es noch eins nachlegen. Also so ein schönes 4 zu 0 ist natürlich, äh, eine Hausnummer, ne? Oh, Fehlpass. Naja, das passiert natürlich nur, wenn es Fehlpässe gibt. Oh Gott. Oh, Erstellungsfehler von Alaba. Und da ist er leider drin. Finguli. Ah. Davon lasse ich mich jetzt natürlich nicht beirren. Das juckt mich nicht. BW. Valencia lässt sich aber auch nicht beeindrucken, was ich ein bisschen schade finde. Da, der schöne Pass von... Oh. Ja. Äh. Klasse. Adilrami Eigentor. Oh, Valencia ist doch beeindruckt. Flanke von Manzuki. Oh, das muss ich mir nochmal angucken. Das muss ich mir echt nochmal angucken. Entschuldigung, Leute, aber... Das muss man sich angucken. Hier, der wunderschöne Pass von Kavi Martinez. Dann die Flanke von Manzukic. Ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Und das sieht aber ein bisschen nach... Na, dann ich anspiele. Ja, und... Also... Also... Also besser hätte es Kavi Martinez da nicht machen können. Also das war ein 1a Kopfballtor. Guckt ihr das an? Also... Nee, also besser kann man es nicht machen. Man merkt zwar, dass es vielleicht eine Rückgabe sein sollte. Die müssen es umgehen. Aber... Also besser hätte ich das Tor nicht machen können. Ein bisschen kraftvoller vielleicht, aber... Ja, nice. 4-1. Wie gewonnen, so zerwonnen. Heißt so schön, ne? Und... Oh, man merkt. Die sind beeindruckt. Das sieht jetzt natürlich schlecht für den FC Valencia aus. Vor allem, weil es auch um die Tordifferenz geht. War ja natürlich mit dem Ergebnis klar durch. Oh, einfach mal weggewollt. Das war so nicht geplant. Hm. Ja, klasse. Uh, Toni Kroos. 100% Passgenauigkeit willst du mich veräppeln? Ist ja geil. Oh, Alaba macht hier einen Fehler. Uh. Ja. Kein Problem für Neuer. Jetzt können die Bayern natürlich locker aufspielen. 4-1. Da dürfte ich nichts mehr anbrennen lassen. Im Normalfall. Aber das ist bei mir schon normal. Aber da hier, da ist wieder der Goldjunge. Der Goldjunge. Alaba. Alaba. Ah, schade. Kommt da nicht ran. Oh, 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 oh. Oh, da war schon nochmal aus. Schade. Hm. Gibt einen Wurf. Wo passen wir denn hin? Dann passen wir da hin. Zack. Wanzukic, 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 Mario Wanzukic. Oh. Gujata hält. Oder Gita oder wie man den auch immer ausspricht. Der Tor von Valencia hält. Oh, und da ist er. Na, Alaba. Schade. Ja, zwei Minuten Nachspielzeit. Eine 4-1-Halbzeitführung. Oh, nahezu unbedrängt. Ungefährlich, die Spieler aus Valencia. Was willst du da noch sagen? Ja. Tolle Leistung der FC Bayern. 4-1-Halbzeitpause. Damit ist auch egal, wie Barte Borisov gegen OST Lidl spielt. Oh, Banega für Costa. Oh ja. Ja, jetzt geht es interessanter. Ein guter Mittelfeldspieler. Eva Banega, an dem waren die Bayern auch mal interessiert. Aber es hat sich im Sande verlaufen und... Ach komm, jetzt haben sie Martinez. Sind im Mittelfeld sowieso jetzt überbesetzt. Wenn Martinez und Schweinsteiger fit sind, spielen die beide sowieso. Dann haben sie ja noch Gustavo. Oh, den hält Neuer locker. Dann haben sie noch Gustavo. Timoschuk. Und Kroos kann auch noch im defensiven Mittelfeld spielen. Also, wo ist das Problem? Uh, da der Ball, der war nicht präzise genug. Schade. Oh, schön noch was... Ah, ne, mit der Hacke. Schade. Also, diesmal kommen die Pässe richtig gut an von Harvey Martinez. So soll es auch sein. So war es auch geplant. Dass er der Ballverteiler ist mit Schweinsteiger. Also, so wird zwei spielstarke Mittelfeldspieler im Mittelfeld. Das ist natürlich sehr optimal. Und Valencia steht doch recht offen. Na, schade. Da sollte es in die Lücke gehen. Aber Satz mit X war wohl nichts. Wie es er schon heißt. Oh. Ich wollte gerade sagen, da passt Toni Kroos auf. Aber doch nicht so richtig. Oh, nächster Wechsel. Albeda für Fernando Garo. Ja. Da wird dann doch ein bisschen mehr Wert auf... ...auf gute Verteidigung gesetzt. Denn beides defensive Mittelfeldspieler. Aber es bringt nicht so viel. Also, ich hätte jetzt vielleicht doch einen Stürmer gebracht. Denn Valencia kann sich damit nicht zufrieden geben, zu verlieren. Und sie haben zwar neun Punkte und liegen damit noch vor Barte Borisov. Aber... ...das ist nicht sicher, dass sie denn noch weiterkommen. Und neuer, komm raus. Landsparade. Uh, gut abgeblockt von Namen. Ah, Abseits, oder? Abseits. Klares Abseits. So, dann werde ich jetzt mal wechseln. Rotationsprinzip. Ähm... ...ja... ...Shakiri holen wir mal rein. Und ich glaube, ich werde auch noch Claudio Pizarro reinholen. Denn Manzukić hat bis jetzt gut gespielt, hat sein Tor gemacht. Das reicht. Bei Falken-Defense natürlich ist mir relativ egal. Oh. Oh, was haben die denn da gemacht? ...gemacht. Kleine... ...Siesta, oder was? Also, das muss ich mir gleich nochmal an... Ups, nein, falscher Knopf. Ach, Mann. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Das sah recht witzig aus. Warte mal, gab's da eine Siesta, oder wie? Oh. Ja, da. Hehe. Da. Lüpp. Zusammengeprallt, da langsame... ...aber es gibt mir jetzt eine Wiederholung leider nicht mehr. Doch, da. Okay. Ein typischer FIFA-Bug. Man sieht's, Siesta, schon stehen sie wieder auf. Ach, Timo Schok, ja. Er hat richtig gut gespielt, auch im Finale. Champions League-Finale, wo es dann doch ein bisschen unglücklich endete. Ah, Pizarro, schade. Er ist Aktion-Fillpass. Na, also, das ist lächerlich. Außer diesem einen Tor... ...haben sie echt nichts zu bieten, was ein neuer wirklich überwältigen kann. Javi Martínez. Da ist er, unser kleiner Ritter Sport. Der leider nicht so zum Einsatz kommt, wie er gern hätte. Obwohl er eine richtig gute Vorbereitung gespielt hat. Da ist er wieder, Javi Martínez. Javi Martínez. Da ist unser Ritter Sport. Ach, Kacke. Ach, ärgerlich. Er hätte schön mit links abziehen können. Er ist auch genauso ein Linksfuß wie ein Robben. Nur ein Unterschied besteht. Er kann mit rechts sowie mit links. Also, das ist wirklich genial bei ihm. Er könnte rein theoretisch einen Freistoß mit links schießen oder mit rechts. Das ist egal. Das ist bei allen Robben ja nicht so. Das andere Bein hat er eigentlich nur zum Stehen. Deswegen finde ich Schakke noch ein bisschen besser. Auch so von seiner Art. Er ist ganz bescheiden. Hat von so einem ersten Profi-Gehalt, was er sich dazu zusammengespart hat auch. Dann für mich erst mal ein schönes Haus gekauft. Finde ich richtig geil. Das macht auch nicht gleich jeder. Boah, die Bayern spielen jetzt noch locker runter. Brauchen sie sich jetzt nicht unnötig anstrengen. Sie haben genug Spiele gespielt und es kommen noch genug Spiele auf sie zu. Javi Martinez. Javi Martinez. Javi Martinez. Schade. Ärgerlich. So, dann werde ich nochmal einen Wechsel vornehmen. Wird eine sehr ruhige Halbzeit. Ähm, ich werde glaube ich... Ja. Ich werde Schweinsteiger rausholen. Der kriegt eine Pause nach dem Grippalen-Infekt. Kriegt dann eine Pause. Der kann sich ein bisschen erholen. Ich werde jetzt auf Konter spielen. Mehr muss ich ja nicht machen. Na, ein gutes Feld muss nicht höher springen. Sollte nicht höher springen, als es muss. Kennt man ja. Den Spruch. Ja, ich weiß noch, aber wir haben das Fasenschwein. So, Ribery. Ribery auf Alaba, der mit seiner Flanke das Tor eingeleitet hat. Da ist nochmal groß. Hat nicht viel gebracht. Egal. Und die Fans zweifeln natürlich. Kein Wunder. Denn was bietet Valencia hier schon? Gar nichts. Schweinsteiger. Oh. Da hat sich Martinez ein bisschen überrumpeln lassen. Oh. Oh. Kommen sie nochmal durch. Kommen sie nochmal durch. Ne. Abseits. Hm. Okay. Valencia gibt sich geschlagen. Obwohl sie noch wechseln. Figuli geht raus. Und jetzt, weil der ist rein, ist ein bisschen spät. So fünf Minuten Verschluss. Hätte ich, weil der ist noch früher gebracht. Da hat der Trainer noch einen leichten Fehler begangen, würde ich sagen. Also das ist, das ist eigentlich unnötig. Jetzt noch einen Stürmer zu bringen. Jetzt echt noch einen Stürmer zu bringen. Alter, falter. Martinez, schade. Dropkick. Wäre noch cool gewesen. Noch ein zweites Tor von Martinez. Oh, da macht Dante ein Fehler. Aber abseits. Hm. Cool. Dante das Fehler macht nichts. Und so gewinnen die Bayern, glaube ich, deutlich mit 4 zu. Okay, 5 zu 1. Claudio Pizarro. Ja, da wird gleich noch was kommen. Ihr werdet es merken. Ich werde daraus einspielen. Ich habe mir da schon was ausgedacht. Passt nicht ganz, aber es ist lustig. So, ja. Das Tor war schlecht. Das war ein leichter Körpertertor schon. Ja, 5 zu 1. So wird es, glaube ich, nicht in echt ausgehen. Das wage ich zu bezweifeln. Wenn es, wenn doch wäre es richtig geil, aber richtig bitter für Valencia, wenn sie so auch einen Hut kriegen würden. Das hätten sie dann schon in München kriegen müssen. Vor auch einem Hut. Ja. Oh. Nein. Viel auf die Stammenspiel. Viel auf die Stammenspiel. Oh. Neuer. Nein. Okay. Gibt es noch ein zweites Gegentor. Aber da konnte Neuer nichts machen. Abgefälscht. Hat er noch pariert. Das sah so ein bisschen so aus, als wenn Valencia noch ein bisschen abseits steht. Das muss ich nochmal kontrollieren. Also, das sah echt so aus, als wenn das abseits war. So, wollen wir da. Da schießt... Ne, 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 hinten hebt Dante das abseits auf. Schade. Schade. Echt schade. Dass Dante da das abseits aufhebt. Neuer pariert noch richtig gut. Ja, da kann Neuer auch nichts mehr machen. 5-2. Na, kann... Kann Shakiri hier noch was machen? Und da ist Ribéry. Nein. Oh, mit dem Schuss... Ah, hätte er das 6-2 machen müssen. Aber das war dann doch ein bisschen zu lasch. Und somit gewinnt der FC Bayern verdient. Mit 5-2. Aber auch ohne Probleme. Denn Valencia war recht ungefährlich. Ja, so wird das Spiel natürlich nicht ausgehen. Wäre natürlich geil, aber ich glaube nicht richtig dran. Bayern wird... Das wird bestimmt wieder knapper, als die Partie läuft. Wird das von dem Ergebnis her... ein 2-0 für Bayern. Diesmal hat Valencia kein Glück und wird kein Tor schießen. Deswegen wird es ein glattes und problemloses 2-0 für den FC Bayern, glaube ich, schon dran. Ja. Mit den Bildern des Tages verabschiede ich mich da nur. Leute, wollen wir schon unsportlich bleiben? Reingehauen, wieder schauen. Tschau's uns.